Ja, das hat mich Greg insgesamt auf 242 geschossen. Das finde ich heftig. Der Top 100. Das sollten wir morgen mal gucken, was war für Strecken. Wir würden es aber dann auch nochmal versuchen zu renken. Aber ich habe sowieso in den letzten zwei Tagen unheimlich einen Sprung gemacht. Von 1400 auf 1218 hoch. Ach Mist, die hat sehr positives Formel. Das geht nicht. Ne 242 ist locker zu schaffen, wenn diese Dreckskarren da nicht mehr wären. Aber wie der Gagsa dann in 235 hingekriegt hat, ne? Das ist ja abnormal. Das ist ja richtig krass. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und da jede Reihe zeigen, seit meinem normalen Einw bund Schör苦. Der Aufm mapa США Ganz ehrlich, ich seh selbst in der freien Fahrt nicht mehr so viele Zivis. Das Süßheit ist krass. Es geht doch, siehste, mit Video mal drehen, eine 2,54. Da warte ich jetzt aber nicht auf den Traffic.